Heute mit einem Video, warum habe ich hier? Warte, stopp, ist alles fail hier. Willkommen auf meinem Stream, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr meinen Kanal feiert oder falls ihr mich feiert, liked, supportet und in der Videobeschreibung legen zu meinem Bruder. Der ist gerade auch live, schreibt ihm Hashtag Willkommen von Luca und dann könnt ihr zuklotzen, wenn ihr wollt. Ich sag jetzt nicht labert, dumm rum, nicht dumm rum, let's go mit dem Stream, ich hab schon 2 Kills, mach ich noch 10 Kills oder bleibt es so. Also, let's go. Leider bin ich ein bisschen so erkältet. Nein, Jungs, ich hab keinen Corona. Ja, komm, komm, komm. Vor mir kommt noch einer. Ah, ich seh gerade den Klipp. Ah, der war Wunschschut. Der Lellek war Wunschschut. Meinst du, du triffst mich von hier hinten, du Pimmel, hä? Ah, mein Bot führt gerade. Oh, no, 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 no. See you later. So ein Lellek, ne, der hat mir den Kill abgestaubt. Ja, komm her, pass auf, hier kommt noch ein Pansenkopf, ne. Ja, ich treff 0, ne. Ich treff einfach nur, nee. Also, du schießt. Der 22er. 24er. Der müsste eigentlich tot sein. Medi-Kit kann ich noch mitnehmen, ne? Schön, dass du die ganze Position mitstuhlst. Immer gerne, mein Freund. Was brauchst denn du? Ich könnte dir AR anbieten, ich könnte dir die Pampampen bieten und ich kann dir noch kleine Maschinenpistole. Ich könnte dir erstmal gleich einen Gegner anbieten. Aber hier kommt noch mal ein Lellek. Boah, wer will viel Granaten? Boah, Junge. Ja, sorry. Ich kann dir auch was anbieten, ne? Munition, komm. Komm. Ich geb dir mal hier. Ich will ja nicht so sein. Sex Kids, komm. Ich schaff die 10. Ich muss kurz um meinen Stream reinschauen. Ich verkenne mich kurz ins Gebüsch. Ja, den Gegner schenke ich dir. Ich will nur schauen, ob alles funktioniert. Ja, okay, alles funktioniert. Ey, ich hab ein Abonnent dazu bekommen, sehe ich gerade. Danke an den einen, der mich geabonniert hat. Für wohl ruhig, gar... Ja, Werbung gleich wieder, ne? Ah, meine Augen jucken. Schaffst du die? Oder brauchst du mal help? Nö. Hast du die zwei? Ja. Okay, gut. Ganz easy. Ganz easy. Ich spul mal ein bisschen vor. Okay, dann... Ah, bei mir vorne. Kartoffelkorb. Welch war ich mir gerade zu? Ich glaube, mein Nike-Bot ist es nicht. Also, dieses Stream-Element. Willst du mich verarschen? Ja-ha! I am Comeback Man-Beach. Bro, Digger, ich hab sieben Kills. Hast du echt zwei? Wie viele Kills hast du? Du hast echt zwei? Lul. Ich hab jetzt gedacht, du hast mehr. Tja, laber nicht, Digger. Du hast mehr bestimmt. Du hast mehr als zwei. Da hättest du genau zwei. Du hast echt zwei. Ach, dich. Ja. Krank. Ja, du hast sechs nicht. Nee, sieben. Ich hab sieben Kills. Schaff ich die zehn noch? Oder schaff ich das nicht? Bitte jetzt in die Kommentare. Schaff ich die zehn Kills noch? Oder schaff ich's nicht? Schaff ich das gar nicht, Sneeper. Ah, neben mir wird geschutten. Aber die hole ich mir bestimmt. Gleich... Gleichzeitig mit mir mal ein Zigaretter. Oh nie. Der ist übelst, gleich tot. Komm, schieß rauf, schieß rauf. Schieß rauf. Ja, der ist low, der ist tot, der ist tot. Diese Bitch ist tot, diese Bitch ist tot. Junge, Junge, Junge. Ey, Junge, mach, schieß weiter, Junge. Du schießt noch nicht drauf, Junge. Mann. Oh, wenn wir jetzt gegen ihn verkacken. Gegen ihn. Ah, ich hab einen Kill gekauft. Oh, hab ich die Kill gekauft? Oh. So, ich hab acht Kills. Selina, natürlich schaff ich zehn. Natürlich schaff ich zehn. Das ist schon Tradition hier, dass ich zehn mache. In jeder Runde. Okay, jetzt nicht in jeder Fast-Runde, aber... ...schon ein paar. Oh, jo, 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 jo. Ah, ich weiß, wo der ist. Oh, falsch. Der ist gleich tot, der ist gleich tot, der ist gleich tot. Ich geh nahe pushen. Wer hat mir den abgestaubt? Niklas, du kleiner Drecksack. Du hast den Kill abgestaubt. Jetzt hab ich immerhin nochmal acht Kills. Ich hätte neun Kills gehabt. Also, du hast jetzt drei Kills. Vier. Oder vier. Trotzdem hab ich immerhin acht. Ah! Oh, Mann. Ich bin ein bisschen krank hier. So, hier drin, ne, werde ich noch meine endgültigen zwei Kills machen. Dann hab ich wenigstens zehn. Auf Niklas wird gesniped. Sasuke Massaker. Was geht? Komm, ich will meine zehn Kills machen. Wenn ich keine zehn Kills mache, ich deinstalliere Fortnite und schenke. in meinen Account her. Ich mach's, naja, sowas mach ich nicht. Meister, warte, warte. Oh, bleh. Wer kam von hinten, ne? Jemand kam wieder von hinten, ne? Ich liebe solche Leute, die von hinten kommen. Oh, weiß, sobald ich full hab, seid ihr tot. Ich sag's euch, meine lieben Freunde. Sasuke. Ne. Ey, jetzt, ne, jetzt, ne. Ist es jetzt da ernst? Oh, komm. Ey, bro, ich zieh weiter, ne? Ich zieh weiter. Überall wird geschutten, alter. Ja, die oben. Ach so. Ja, okay, du bist es. Jetzt hasse ich dich. Spaß, nein, Leonard. Ja, pick nicht so, alter. Elf, 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 Luka. Echt? Habe ich elf Kills? Ja. Ja, ja, irgendwann, wenn der Mond in meinen Ghetto-Graft mal freund. So, meine lieben Freunde, wie viel Kills hat, Luka? Ah, jetzt kommt schwule Werbung. Gibt's keine Heavy-Sniper? Ah, der hat das geil. Ja, ja, die scheiß Werbung interessiert sich keine Weltsau. Mach ich noch einen epischen oder mach ich den nicht? Ohohoho, Junge. Was für Baber. Was läuft denn hier ab? Ah, da oben. Pass auf, pass auf. Mein little friend leg ich nicht mit mir mit einem Sniper an. Der wurde aber niedergestreckt. Null. Wo ist der? Hat er den gehealt? Hat er den jetzt gehealt? Keine Ahnung. Hä? Der müsste jetzt eigentlich gleich sterben. Hä? Ne, der muss eigentlich jetzt tot sein. Und ich glaub, mein Chat hängt. Ich kann aber jetzt nicht reinschauen. Hä? Das gibt's nicht. Der muss tot sein. Da ist er doch. Das ist ein anderer. Ja, ich hab den Kill kassiert. Na, na, ne ... Dich, ja. Niklas! Niklas! Hast gesehen, wie's läuft? Lalalala. Wahah! Schwer. Scheiße. Nein! Hast du gesehen, wie ich den Sniper-Hit so weggefetzt habe? Ja. So zwei Schüsse hintereinander und der nächste trifft. Niklas willst du auch immer so gut mit dem Sniper sein? Ja. Ey, ich hab dir so scheiße gefeiert grad. Ey, ich find's immer nur lustig, Alter. Er stirbt noch so, ich mach noch ein paar Kills hintereinander. So, Jungs, Jungs, Jungs. Dann kommt mein Lieblingslied. Jungs, wie findet ihr mich mit der Sniper auf eine Skala zwischen 1 und 10? 1 ist schlecht, 10 ist ja so saugut. Bewertet mal, wie gut meine Sniper-Künste gerade waren. Und jetzt sind nicht mehr einer. Alter, ne, Digger. Schaut, der pickt da oben, zack, Headshot, Alter. Und der nächste, zack, Headshot im Laufen. Hast du gesehen? Er war im Laufen. Ja. Ander in Laufen ist ja so. Tja. 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 Hey, der Klaus ist online Hey, Niklas, wie fandest du meine Sniper-Skills? Cool. Die waren schon krank, dä? Soll ich dir jetzt mal beibringen? Das ist eigentlich ganz easy Ich weiß, zielen und schießen, ne? Ne, während des Laufens Achso, das ist krank, hast du nicht gesehen, dass ich den im Laufen geholt hab? Achso, den, ja Schau, du musst, wenn du siehst, du beobachtest den Gegner ein bisschen, ne? Und siehst, okay, er läuft jetzt geradeaus, er läuft jetzt erstmal weiter, dann gehst du mit der Sniper ein bisschen vor, vor ihn, und sobald er kurz vor dem Zielkreuz ist, drückst du ab und dann holst du ihn im Laufen, weil du dann richtig in deinen Schuss reinläuft. Hast du es nicht gesehen, wie, ah, ich bringe dir das mal auf Spielwiese dabei. Spielwiese gibt's doch gar nicht. Aber trotzdem, ich kann dir das, äh, kreativ, ah, gibt's scheiße, stimmt, Spielwiese gibt's ja nicht mehr. Boah, ich feier diese Legend-Music, bei mir schon Gegner. Ja. Wo war die Handkarte hier nochmal? Äh, hinten, wo denn? Ähm, hier oder hier? Was ist da? Dortmund gegen Paris. Ja, ich sag, Dortmund gewinnt. Dortmund hat ja schon 2-1, ich sag, dass Haaland nochmal zwei Tore schießt. Aber Dortmund gewinnt Safety-Party, die gewinnen schon eh 2-1. Ma-Babe ist nicht da. Ja, kann ich. Ich hab schon Leistung gemacht. Konichi, Konichiwa, oh yeah, ich hab Corona. Ey Bro, Digga, ich hab 2 Kills wieder. Macht Luca in dieser Runde wieder 10 Kills, oder macht er es nicht? Ey, wenn ich jetzt nochmal 10 Kills mache, ne? Dann ist es Tradition. Oh, die Zone, ich will weiter. Ah, hier kommt gleich der Nächste. Kommst du hier. Ah, der steht hier unten. Den hab ich ja überhaupt nicht gesehen. Von wem würdest du getötet? Vom Handlanger! Spar- 608 Meter. Ja, ich müsste das schaffen. Konichi, Konichiwa, oh yeah, ich rauch grad einen, ich bin cool und Killer-Dämon ist schwul. Spaß! Marcel, wie geht's dir? Marcel? Marcel? Ich wollte nur damit sagen, wie es dir geht, so ne? Hey, ist der Party geläftet? Ist er schon wieder geläftet? Der kommt rein und verlässt gleich. Mach mal das so. Ja, ich müsste das schaffen. Darf ich noch looten? Oder soll ich direkt deine Karte holen? Kannst du schauen, wie du willst? Ich zünde mir jetzt nebenbei noch einen an, während das Autopilot läuft. Ah! Stimmt, hier gibt's das Leipart. Die hole ich mir auch eine. Wenn er zu weiß ist, bringe ich dir eine mit. Wenn er zu weiß ist, bringe ich dir eine mit. Wir haben Seatik Side-by-Side. Mit Wasser- und Eisspender. Mit 888 Euro. Ich wollte dir die Autopilot. Wenn ich eins hast, dann ist das scheiß Werbung. Alles gut. Ah! Da kannst du alles mitnehmen. Neu Müll! Ohohoho! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber jetzt bin ich im Marsch. Oh, ich muss die Zigarette kurz weglegen, ich bin ein Assholz, ich bin ein motherfucking Assholz. Ah, no, no, man, what are you doing, man? I've been Yusuf, Yusuf, ja, baut erst mal die Scheiße hier ab, ha? Ja, jetzt habe ich Zeit, genügend um mich zu verkleiden und wieder abzuhauen. Ich starte dich hier neu. Okay, die hat doch auch geschreit, oder nicht? Ne, die haben keine Sneeper. Wann kommt meine Lieblingsmucke? Ah, das ist mein Lieblingslied. Oh, oh. Soll ich den wegflexen? Mach mal schnell. Okay. Ja, schau, das sind zwei Leute. Nein! Nein! Den einen hätte ich fast gehabt. Wie hätte ich euch fast weggeschlagen. Das ist mein Lieblingsmoment. Eis, naja. Ja, das ist jetzt. Wie hätte ich euch jetzt? Ja, das ist einfach, sicher. Ja. Oh, nee! Jemand hat mich eingeladen zu APEX. Boah, Niklas? Niklas? Boah, Digga. Ich weiß nicht, ob ich live bleiben soll. Na ja, fünf Minuten habe ich ja noch. Oh, der Beat ist ja auch nice. Jungs, ich stehe so richtig hart auf Hard-Tech. Oh, der Beat ist ja auch. Oh, der Beat ist ja auch. Okay, komm zurück. Ah. So, 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 egal. Keine Namen nicht aussprechen. Ja, muss nur ein Command angeben. Einfach nur Epic-Command und dann, dann vorankommen. Spiel zu PS4 oder Spiel zu PS4? No, das ist no Copyright, no Copyright, aber die schmeißen da Werbung rein. Das ist ja so nötig, ne? Boah, Digga. Ich liebe das. Ich habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern. Ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, du musst das bleiben. Digga, was ist das für eine Musik? Komm, das wird lauter. Boah, was ist das für eine Scheiße? Ja, spielst du auf PS4? Ja, schick Epic. Äh, nein, schick Anfrage. Spielst du auf PS4 oder PC? Okay, wenn du PS4 spielst, dann spielst du auf Stufe 9. Komm, da tanzen wir einmal ab und golden die Tränen. Ich spiel Schokolade. Ah, okay, du spielst Pizze. Schau mal, was passiert. Da ist ein Gegner. Ah, okay. Ja, ich teame nicht mit anderen Leuten. Ich teame nicht mit Gegnern. Ich hab, ich hab, ich hab Anfrage bekommen. Ich nehm's gleich an. Ey, Jungs, ne? Ich teame nicht mehr. Ich hab aus meinen Fehlern gelernt. Du weißt, die räudige Ratte greift hier von hinten an. Der hat jetzt auch ein Problem. Ich bin in Schuss. Ah, da oben. Okay, den hau ich jetzt weg. Oh, das ist... Oh, 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 oh. Yeah, man. Komm, erst mal abstauben. Den töten. Komm, mach ich in dieser Runde Nochmal zehn Pils. Dann ist es Tradition in jeder... Schaut die mich an. Oh, Jungs. Komm, was ist mal wieder los mit mir? Hat er jetzt echt versucht, auf mich zu schießen? Diese Ratte hat auf mich geschossen. Ja, schön der Wand bauen, Alter. Ja, meinst du, ich treff dich nicht auf diesem Winkel? Komm, komm, komm. Komm, vier Kills nur noch. Dann hab ich meinen Rekord... Nein, ich versuch, meinen Kills Rekord noch über 25 zu brechen. Wird unmöglich. Oh, Mann, was da jetzt durch? Lass mich schießen, dass die Gegner wissen, dass sie jetzt Glöckchen... Ja, ja. Puh, puh, puh. Großartiger Geschmack, starker Schutz in den Varianten Grape, Wassermelone oder Eukalypte. Zu der Folk zu Schutz von Odolme 3. Wow. Die neue Odolme 3. Halt die Fresse, ey. Ich hab immer noch kein Copyright. Entschuld. Warte, mein Freund. Es kommt noch ein anderer mit rein. Dun, 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 dun. Nein da warst du ja ich hoffe ich werde nicht angeschossen Hey wer ist alles jetzt beigetreten jetzt kommt auch noch ein Bolt Jungs ich bin Solo gegen Dumus Das war die in der Mitte nicht Fick die, sag mir Menschen töten Menschen Waffen, 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 Waffen töten keine Menschen Sehr schlau Waffen töten keine Menschen Was? Waffen töten keine Menschen Waffen töten keine Menschen Alles klar Menschen töten Jetzt verstehe ich den Sinn Jetzt verstehe ich den Sinn Waffen Waffen töten keine Menschen Waffen töten keine Menschen Waffen töten keine Menschen Waffen töten keine Menschen Ja weil die Menschen bedienen Die Maschinenpistole Ja, jetzt habe ich es gefeilt. Hast du kein Headset? Hallo? Irgendwie ist mein Headset gerade auf anderer Seite. Irgendwie in ein Spielchen automatisch reingegangen. Ich bin ein Füchercher. Aber geht ja nicht anders. Komm, Jungs, schaffe ich noch 10 Kills, 3 Kills fehlen mir. Dann habe ich in jeder Runde über 10 Kills gemacht. Dann ist es Tradition. Vor allem, ich spiele allein gegen Duhus. Also wenn ich jetzt verkacke, dann kein Wunder. Aber wenn ich die wegklebe, dann peinlich für die. Boah, gibt es nicht einen anderen Techno? Warum so eine schwule Musik? Ja, immer noch no Copyright, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Lied, was ich habe, das hat keine Copyright. Also... Ah, nach dieses Lied, mein Lieblings-Lied. Boah, ich soll aufhören mit den Rauben. Oh, no, 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 no. It's me, it's me, call me, hear me. Oh, no, 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 no. Ich habe nichts getan. Jetzt kommen die mit einem fucking Boot zu mir hochgefahren, ne? Ne, die verpissen sich sogar. Ja, ich kann aufhören zu rauchen. Ja, ja, das ist Corona. Ja... Ja... Warte, du hast was trinken, Mann. Warte, du hast was trinken, Mann. Warte, du hast was trinken, Mann. Kannst halt, war ein so billiges Crack. Kannst halt, war ein so billiges Crack. Ja... Alter, Vater. Geht ja richtig ab heute, ja. Boah, Alter, ich hatte so viel Schleim im Hals. Ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Aber wenn du wüsstest, Alter, ich komm so bei dir in den Stream rein. Ja, erst mal leichter Tech, ja. Und dann denke ich mir so, ja, endlich mal jemand, der das richtig versteht. Ja. Weil, ich meine, du musst dir ja vorstellen, wenn man die ganze Klasse durchgeht, im Unterricht, Hard Tech. Er ist krank, Mann. Ja, ja. Übelst. Und dann geht's noch weiter. Und dann kommt noch was krasseres als Hard Tech. Weißt du, dann machen sie, dann machen sie, äh, warte. Mhm. Und so was, so. Okay, dann spiel ich dir mal Lieder vor und du sagst, ob das in die Richtung geht, okay? Okay. Das ist auch in meinem Kanal verlinkt. Ich mach nicht so lange. Ja, das ist safe. Ich hab auch underground Techno, spiel ich dir auch dann noch. Ja. 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 Um das zu helfen kann. Einfach nichtöd. Pass auf, wenn die Hardtacken mögen, dann mögen die Zäune, scheiße auch. Ach ja, Moin, Digga. Da kommen random Nails geflogen. Hä? Wie schnell hat die geschossen, die Olle? Ich hab's nicht verstanden. Da kam einfach random Nails von mir reingeflogen. Kennst du auch solche Lieder? Ja, klar. Das sind auch Under Command's Technik. Ja, lass uns sowas laufen. Wenn es so lauter ist, sagst du mir nicht? Ja, ich will. Arnold, schaust du noch zu. Nike-Bot, du Hurensohn. Ey, du kennst doch, wenn man so im Chat so Spamming-Symbols macht, ne? Dann tut der Nike-Bot dich ja ausschließen, ne? Ja. Was passiert, wenn ich jetzt auch, wenn ich jetzt Beispiel auch Spamming-Symbols mache, werde ich dann aus meinem eigenen Stream geworfen. Nein. Stell dir mal vor, du wirst dann aus deinem eigenen Stream geworfen. Ja, egal. Dann bist du natürlich, dann bist du natürlich, äh, ja. Boah, Alter. Arnold. Das ist doch geil, ne? Ich hab noch viel krassere Sachen, die noch heftiger gehen als die Sachen. Äh, lass mal. Bist du ein Schwitzer? Ne, okay, dann lass Löffi. Ja, ganz normal. Geil. Jetzt sind wir bei deinem. Nike-Rekord ist dieser Season tatsächlich. Also. Hattest du schon einen epischen Diesel-Season? Ja, ja, schon. Ich glaube, 19, 20, sowas. Ja. Ich spiele erst seit ein paar Tagen. Du spielst seit vorgestern? Ja, also halt diese Season. Also diese Season, okay. Arnold, wie findest du die Mucke? Lass uns Like da für jede Musik, die dir gefällt. Und spendet mir was auf Paypal, nämlich ich kann mir keine Unterhosen leisten. Bitte, ich will mir neue kaufen. Hier ist eine grüne Tag. Äh, eine grüne. Ich spiele aber die mit diesen Tags im Beste. Ah, hier ist eine blaue, falls du brauchst. Alles gut. Das Sprich kommt dann rüber, wenn ich was brauch. Mhm. Arnold, liken. Ich seh immer noch keinen Rauch auf den Like-Button. Wie bist... Wie bist du auf Unterhosen gekommen? Naja, keine Ahnung. Da hat sich die Unterhosen runtergelegt, und das war auch ein bisschen. Übelig. Keine Ahnung, warum ich da auf sowas komme. Und 8, was ist so ein Kieler? 25. Aber, es ist schon fast Tradition, dass ich 10 Kills in jeder Runde mache. Okay. Also, nicht wundern, wenn dann unten der Chat dann raucht, ne? Ja. Ah, ah, mein Kopf tut weh. Ah, ah. Ich soll mit dem Rauchen aufhören. Ah, mein Kopf tut weh. Genau, John, aber langsam könntest du die Musik doch ausmachen. Na, gerade, gerade irgendwie, ich weiß nicht. Aus oder leise? Das ist so, dass ich sie nicht mehr höre. Das Problem ist gerade, gerade ging sie noch voll, aber jetzt triggert die Musik mich komplett. Also, die vorhat mich gerade richtig so, so heraus. Verstehst du, was du meinst? Soll ich wieder gechalten, Remakes machen? Ne, ich bin so ein Typ, ich brauche kann bei Musik, äh, kein, oh Gott, ich kann nicht mal mehr sprechen, hörst du das? Ich kann beim Zocken keine Musik nehmen, ich schaffe das nicht, das überfordert mich. Ey? Ja, aber ich bin voll, ich bin voll mit Musik, Musik voll Baba. Ich kann mit Musik. Da, da, habe ich die in die Luft geholt. Schau, jetzt fängt sie dann langsam an, das Rauch hier. Wo waren die blauen Pumpen nochmal? In welchem Haus? Ich zeig's dir. Arnold, ruf mich dann an, falls der Chat irgendwie kaputt geht, ne? Die waren da hinten in den... Oh. Hier hinten irgendwo... Hier hinten, ne? Aber und, ne? Lauf geradeaus, einfach geradeaus. Ne, 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 ne. Warte, hier ist ne Kriste, die öffne ich mal. Okay, also hier rein jetzt. Nein, nicht da rein. Ich konnte nicht hinter markieren. Ähm. Hier. Okay. Aber hier, vor diesem Haus, vor diesem Haus hier. Okay. Das werde ich schon... Genauer kann ich nicht markieren, weil ich Autismus hab. Okay. Okay, das nehme ich mal so hin. Ah, hier. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ja, man. Wir sind hier auf Ballermann. Wer hat mich jetzt eingeladen? Halla. 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 Dei. Ah, leg mir am Arsch. Das sind so diese rein, rein deutschen Namen, Kappa. Nein, die spricht, glaube ich, Afghanen. Keine Ahnung. Das ist doch hier Arabisch, oder? Arabisch, ja. Hast du sie in ihrem Chat gerade gesehen? Kannst du eh nicht. Weil... Aber die spricht no German. Aber die spricht no German. Und mein Englisch ist... Und mein Englisch ist richtig fett. Scheiße. Ja. Ich hab bestes Englisch. Ah, ich nicht. Ah, mein Englisch ist so very good, because I learned it from my book, Alter. Mal Englisch ist Bullshit and you suck my dick. Okay. Lieber nicht. Spaß. Wir wollen ja nicht so sein. Gleich so einen Strike kassieren. Ich hab schon einen Strike bekommen. Ah ja, Mann. Wegen Hassreden. Weil ich Judenwitze erzählt hab. Ja. Aber... Du musst ja auch irgendwo verstehen. Ja. Du musst ja auch irgendwo verstehen. Hitler starb als er die Gasrechnung sah. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Sima. Juh. Äh. Alla. Alla. Valle. Dejott. Kannst du ihn sprechen, please? Hallo. Der reißt die Hütte ab. Ist das denn? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Das heißt, das ist gelade. Oh Gott. Da kommen sie. Die Polen. Ja. Der haben einen Drogen gesehen. Spaß über sowas. Mach mal keine Witze hier. Es sind keine Drogen. In meiner Wohnung. Bleiben wir hier jetzt mal alle locker. Ja. Ja. Habe ich hier Drogen gehört. Nö. Aber ich zünde mir gleich wieder einen an. Ah. Ah. Checkst du es jetzt endlich? Ja. Ja. Ja okay. Hat dann lange gedauert. Ne? Also. Gib mir kurz Rückendeckung. Ich zünde. Warum huste ich denn die ganze Zeit? Ja. Ich dachte du wärst ein ganz normaler Kettenraucher lieber. Nein. Nicht so ein Raucher. Ja. Die anderen Sachen rauche ich schon in Ketten. Also doch Kettenraucher. Sehr gut. Also. In meinem Chat. Nur die grünen wählen. Genau. Die wollen krass legalisieren. Oder zumindest entkriminalisieren. Ne ne. Oder das auch ja. Hallo beide. Hallo. Hallo. Der stirbt doch grad fast oder so. What's your name? What's your name? Oh Gott. Jetzt gibt es ein regularer Blubber bei dir. Can you Yassir? Was? 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 Can... Can you Yassir? Can you Yassir? Weißt du? Nein. Ich meine ob der ein Yassir kennt. Ja. Do you know? Echt? Ja. Äh. Hallo. Hat er jetzt die Gruppe verlassen? Nein. Wie heißt das nochmal? Do you know? Do you know Yassir? Hallo? Ich hab... Ich hab... Ich hab die Munitionskiste auf Drogen gefunden, Junge. Digga, hör doch mal auf. Ich zünd meine Haare ganze Zeit an. Sag mal. Du hängst deine Haare, wenn du deinen Johnny anzündest. Ich hab lange Haare. Ach so. Sieh... 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 Ich mach ja jeden Tag schon fast. Okay. Hier, guck mal. Das ist die Munitionskiste auf Drogen. Ich sag's dir. Ich seh grad gar nichts. Peter Pan. Kennst du Hutbongs? Ja. Ich mach das gleich. Kennst du Sluz? Nee. Kennst du geh mal weg? Keine Reaktion. Ey, jemand fährt mir die Seilbahn. Das können keine Bots sein. Ne Bots. Ne Bots. Ne Bots. Ne Bots. Wie kommt zu uns? No Money. No Funy! Oh Gott. Er hat mich gesehen, ich fliehe. Oh Gott! Der Lelik kommt. Kommt ihr Lelik? Der kommt. Hinter dir. Über dir. Wie überall. Komm ins Haus rein, bei mir hängt, komm her, komm schon hier, Kartoffelkopf, komm runter, komm runter, komm runter, so, 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 no money, no funny, you're dead, you're dead, pass auf, die kommen vielleicht von zwei Seiten reingejoint, pass auf, die bauen überall jetzt ab, ich könnte die gerne machen, ja, und dann sind wir tot, hast du jetzt nicht gebaut, du hast jetzt nicht gebaut, die können hier rein, da ist noch Spaß, Spaß, no money, no funny, Spiderman, Spiderman, ich hab den gleich, ich hab den gleich, Junge, greif an, Ja, schau, wie die Leleks hier, auf mich mit Maschinen, ganz schön, alter, was für eine Muschka, Digga, das ist doch übel, der Hurensohn, alter, hast du gesehen, ich, ich, ich komm so, ich los, ich komm, ich geh kurz zur Lobby, alter, ich editier so, ich baue so ab, auf einmal sprayen alle beide gleich auf mich los, ne, Weil die gesehen haben, aha, die haben schon gesehen, aha, Luca Roman ist da, da müssen wir aufpassen Weißt du, wer ist Luca oder Roman? Luca, aber ich bin Roman Bürki-Fan, weil ich Dortmund-Fan bin Wer ist, wer ist Roman, was? Roman Bürki ist von BVB, der Torwart Jan娃 Leik, schau running practitioners, klar, ich kann nur Beleidigungen nicht mehr in der Intensivität Katzenauge, ein Muskelkater, an einem Sicherheitsscanner gescannt, naja das war ein Handlanger aber nach waar Hatko Holger, no money, no fanny. 53.000 XP noch, dann bin ich leider 70. Kennst du die Leute, die innerhalb von drei Minuten ein Lied mixen müssen? Kennst du die? Die machen, die müssen innerhalb von drei Liedern mit Beatboxen, mit einem Mischpuls, das ist eigentlich geil, willst du das mal hören? Gerade nicht, ich höre mir das mal an, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Okay. Ich röp' beim Flümpfblamkranz in der Hand, ich zünd' die Antigr was für'n Gestank. Handbong E-Store. Ein fett dazu, das ist nur noch. Boah. Ich beende den meinen Stream. Hau rein, euer Luca.